Liebe Schach-Community, vom 11. bis 20. November findet die Mannschafts-Europameisterschaft in Montenegro statt. Hat also begonnen und wir schauen mal auf die Startrangliste. Da ist Deutschland im Open ganz vorne mit dabei. Aserbaidschan ist der Favorit, Rumänien. Ja, Rumänien hat sich verstärkt mit Richard Rapport und Kedil Shevchenko, da gab es ja einige Wechsel. Und Deutschland ist aber an drei. Natürlich unter anderem auch, weil wir Vincent Keimer haben jetzt, diesen super starken jungen Spieler. Magnus Carlsen aus Norwegen ist auch dabei, spielt für Norwegen. Norwegen an acht gesetzt. Ihr seht es hier, das sind die Teams, das ist die Startrangliste, 38 Teams im Open. Bei den Frauen, Georgien, Aserbaidschan und auch hier Deutschland an drei. Also die Deutschen, sowohl im Open als auch bei den Frauen mit Medaillenchancen. Und wir schauen jetzt jetzt im ersten Video zu dieser EM, die ich natürlich verfolgen werde, die ganze Zeit begleiten werde, eine Partie an von Magnus Carlsen. So, ich muss aufpassen hier. Zack. So, Norwegen spielte in der ersten Runde gegen die Slowakei. Magnus Carlsen bekam es an Brett 1 zu tun mit Jeroz Perrac, die Nummer 1 aus der Slowakei, 22 Jahre alt und die Nummer 255 der Weltrangliste. Während ich jetzt dieses Video drehe, läuft die erste Runde noch, sind aber schon ein paar Partien entschieden. Und wir schauen uns an, was die Nummer 1 der Welt gemacht hat. Er beginnt hier in dieser Partie mit E4. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5 Spanisch, Springer F6, die Berliner Verteidigung. Hier spielt alle Welt D3 inzwischen oder Rohade, das ist natürlich der traditionelle Hauptzug. Aber Carlsen spielte hier, ich weiß nicht, ob das eine spontane Eingebung war, er spielte hier D4. Ich muss gestehen, dass ich den Zug hier noch nie gesehen habe. D4 an der Stelle, das ist auch selten. Und das brachte Perrac immerhin kurz zum Nachdenken und der Zug, Springer schlägt D4. Springer schlägt D4 und jetzt sehr genau hier der Zwischenzug C6. Und die Tatsache, dass jetzt Carlsen hier 18 Minuten nachdachte, lässt mich darauf schließen, dass er das nicht vorbereitet hatte. Also jetzt, kann ich sagen, dass er spontan entschieden hat, dass er Jürgen Perrac abweicht von den sonstigen Gewohnheiten. Wobei die Aufstellungen ja eigentlich schon bekannt waren, also ganz sicher bin ich mir nicht, warum ich hier lange nachdachte. Auf jeden Fall zog er Läufer C4, das ist auch alles schon gespielt worden. Jetzt E schlägt D4, Dame D4. Dame B6, Schwarz bietet hier den Daumentausch an. Schwarz sagt Nö, Dame E5 Schach. Läufer E7, Ruchhade, D6, Dame geht zurück nach G3, greift hier G7 an, deswegen ruchiert Schwarz. Und hier muss man aufpassen mit Weiß. Nicht, dass man hier aus Versehen Läufer H6 spielt und mattrot. Ups, das wäre hier ein dicker Bock. Wie ist denn Rot? Genau, Rot ist hier. Wegen Springer H5 mit Gegenangriff und deckt G7. Der H6 hängt auch und das ist ein großer Fehler. Dame F3 kann man eventuell spielen, aber dann kommt Dame C5 hier, greift hier an, deckt hier, der ist angegriffen. Das ist ganz schlecht. Ja, Carlsen sieht sowas natürlich auch und entwickelt sich einfach weiter, spielt Springer C3. Läufer E6, normaler Entwicklungszug. Er nimmt raus, Schwarz nimmt und jetzt kommt ein schöner Zug hier, E5. Möchte hier die Struktur des Gegners zerstören. Schwarz geht zurück nach E8 mit dem Springer. Okay, man hätte auch, besser ist es wahrscheinlich hier zu nehmen, D schlicht E5, Dame E5. Und hier einfach den E6 opfern mit Turm A, E8, sehr interessant. Dame E6, Schach, König A8. Und Schwarz hat hier Entwicklungsvorsprung. Die Dame sollte weg, nach B3 zum Beispiel. Und hier Dame C7 mit der Idee Läufer D6 hier angreifen. Und Schwarz hat auf jeden Fall Kompensation hier. Ich meine, man muss natürlich nicht auf E6 nehmen, man kann natürlich auch was anderes spielen hier. Sowas wie A3 oder B3, vielleicht den Läufer ins Spiel bringen. Aber so oder so, Schwarz hätte nehmen können. Perrac geht zurück. Dame G4. Carlsen macht Jagd auf diesen Bauern jetzt. Turm E5, blockt die Dame. E schlicht D6, nimmt jetzt raus. So, wie würdet ihr jetzt wieder nehmen? Springer oder Läufer? Was ist besser? Mit dem Springer ist es besser, um einfach den Springer wieder ins Spiel zu bringen. Ganz simpel. Dame E2 und dann E5, deckt den Bauern und ist alles okay. B3 vielleicht, okay, Läufer B2. Etwas bessere Stellung für Weiß, weil Schwarz hier diesen vereinzelten Bauern hat. Aber Perrac spielt hier Läufer D6, lässt den Springer erstmal dahinten schmoren. Dame C4, macht Druck gegen den E6 schon wieder. Sehr interessant, wie Carlsen diesen schwachen Bauern ständig attackiert. Springer C7, deckt den Bauern. Springer E4. Jetzt hat Weiß hier natürlich ein super Springer auf E4. Läufer E5, guckt hier hin. A4, möchte A5 spielen. Ja, Läufer B2 geht eh nicht wegen Turm B1, das lassen wir mal. Springer D5. C3, ganz wichtig, bevor Dame B4 kommt. C3. Jetzt A5, bevor A5 kommt. Lauter prophylaktische Züge. Und jetzt noch ein prophylaktischer Zug. G3. Damit hier nichts auf F4 auftaucht, deckt der Bauer das Feld. Schwarz ist dran, spielt H6. Wieder prophylaktisch gedacht hier das Feld decken. Läufer D2, entwickelt den Läufer, damit der Turm ins Spiel kann. Dame B2 wäre jetzt fahrlässig. Ich spiele einen Turm nach B1 und schlage dann auf B7 raus. Das bringt Schwarz nichts. Und Schwarz muss hier die Dame auf C2 verstecken, wo sie sehr gefährdet steht. Dame B2 also nicht gut. Stattdessen Turm A, E8. Turm A, F8 finde ich etwas logischer, wenn ich ehrlich bin. Druck machen gegen F2. Aber gut, er macht Turm A, E8. Was soll ich sagen? Turm A, E1. Bringt den Turm ins Spiel. Dame B2 natürlich immer noch wegen Turm B1 ein Problem. Schwarz spielt hier Läufer B8. Zieht den Läufer zurück. Okay. Turm E2. Deckt indirekt den Bauern. Und Perchat hätte jetzt die Dame zurückziehen sollen. Vielleicht Dame C7 hier. Vielleicht hier rüber gehen zum Königsflügel. Aber aus irgendeinem Grund entschloss er sich hier diesen Bauern zu nehmen. Das ist ein Fehler. Keine Ahnung, warum er das gespielt hat. Läufer H6 lässt er zu hier. Tauscht den H-Bauern gegen den B-Bauern. Die Dame ist angegriffen. Und das bringt ihm nichts. Stattdessen wird jetzt der Königsflügel enorm geschwächt. Dame A3, die muss weg. Läufer E3. Sehr starker Zug von Carlsen. Deckt dann Läufer C5. Ist hier eine Riesendrohung. Schwarz muss nehmen. Muss aber dafür seinen schönen Springer hergeben. Springer E3. Turm E3. Dame E7 zurück. H4. Wunderschön. Springer soll nach G5. Dame D7. Springer G5. Läufer A7. Turm D3. Turm D5. Turm F3. Vor allen Dingen Turm F7 hier. Turm F7 ist hier eine Idee. Turm F8. Schlagen. Schlagen. Dame E4. Und jetzt wird deutlich, dieser Tausch des H-Bauern hier gegen den B-Bauern kommt jetzt nur Weiß zugute. Denn der schwarze Königsflügel ist stark geschwächt. Die Dame kommt jetzt hier rein. Es droht hier allerlei. Ja, der E6 hängt auch hier. König E7. Schwarz mit dem König das zu decken. Aber jetzt kommt Dame G6. Sehr lehrreich, wie Karlsson in dieser Partie immer die Schwächen attackiert. Die schwachen Bauern. König D8. Gut, das hängt jetzt, das ist der Bauer weg. Aber man konnte sowieso nicht mehr alles decken. Ne. Man kann G7 nicht vernünftig decken, ohne den E6 anfallen zu lassen. Aber nach König D8 kommt Springer schlicht E6-Schach. König C8. Springer schlicht G7. Zwei Bauern weg. Turm E5. Dame F6. Und hier gab Perchat schon auf. Ja, am Ende ganz, ganz abrupt. Zap, zap, zap. Vorbei. Deutlicher Sieg für Magnus Karlsson in der ersten Runde für sein Team. Wir gucken nochmal auf Chess Results, ob da schon Ergebnisse drin sind. Ich glaube nicht. Board Pairings. Team Pairings. Ne. Da sind noch keine Ergebnisse drin. Die Runde läuft noch. Und da stehen noch keine Ergebnisse drin. Wie gesagt. Also erstmal. Ne. Das ist bei den Damen hier sehe ich gerade. Im Open. Die erste Runde. Deutschland spielt gegen Schweden. Weiter hinten Norwegen. gegen Slowakei. Karlsson hat gewonnen. Und genau. Ihr könnt euch auf Chess Results natürlich von die Ergebnisse natürlich anschauen. Auch auf Chess.com und anderen Seiten. Da gibt es die Ergebnisse auch. Einfach Team EM eingeben auf Englisch oder Deutschland. Dann werdet ihr die Ergebnisse schon finden. Ich werde das natürlich jetzt weiter verfolgen. Natürlich die ganze EM. Mal schauen, wie gut es für Deutschland läuft. Bin gespannt. Haben wir auf dem Papier Medaillenchancen. Drücken wir die Daumen. Wer weiß, was rauskommt. Vielen Dank.